Es ist Tag 20. Ohne ein Penny auf der Tasche. Ich bin hier in der freien Wildbahn, hab nichts außer diese Zen, diese Hose, diese Tasche, diese Skateboard. Damit kämpfe ich jeden Tag um mein Überleben, meine Freunde. So sieht es nämlich aus. Hier zu meiner Rechten habe ich etwas Trinkwasser und ab und zu wasche ich mich darin. So sieht die traurige Wahrheit aus. Mein Rap-Business, das hängt ein bisschen hinterher, muss ich ehrlich gestehen. Dafür führe ich dieses Tagebuch weiter fort. Nicht jeden Tag, aber einmal im Monat oder zweimal im Monat wird ein kleiner Videoblog gepostet. Um meine aktuelle Lebenssituation festzuhalten, nicht wegen den Fans. Sondern wegen mir, um zu beweisen, dass ich am Leben bin, dass ich etwas schaffe, meine Freunde. Würde Kollegah sagen. Aber ich bin nicht VR-Junge, ich bin kein Jedermann. Ja, wie geht's?